Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich höre es ja aus der Musik raus. In meinen On-Switch kommt immer so ... Und das höre ich immer. Darauf kann man richtig gut tanzen. Ich heiße Abdullah, aber man nennt mich auch Dido. Eigentlich heiße ich Abdullah. Ich komme aus Damasku bis in Syrien. Und ich wohne jetzt hier in Frankfurt. Und er tanzt einfach so. Sag ich, kannst du woanders tanzen? Er sagt ja, aber lass mich das fertig tanzen. Ich habe ihr jetzt Jahre verbracht, die jetzt nicht so schön waren. Und ich würde sie lieber in Syrien verbringen, wo ich jetzt nicht der kleine Kanake bin, sondern der nette Mitbewohner oder sowas. Und ich würde sie liebern, ich würde sie hier nicht lösen. Ich würde sie wieder so wohlanden. Ich würde sie einfach überlegen. Und das ist schon ein Element. Und das ist immer noch etwas, aber und dann dass ich es noch mehr an. Und dann werden Sie die Perfενiger, also richtig. Danach noch mal.